Euer Löffel fällt in den Topf. Bleibt dran für die Lösung. Schnapp dir eine Wäscheklammer und befestige sie an den Löffel und dann fällt er nicht mehr in das Essen. Buchstaben gefunden, merke ihn, schreibe ihn auf und schau in die Videobeschreibung. Da findest du alle Informationen. Wir sehen uns morgen.